Ja, ich wollte ehrlich gesagt nur mal kurz gucken, ob ich die Pflanze nochmal gießen kann, aber ich konnte sie nicht mehr gießen. Dafür haben wir jetzt hier jede Menge wunderschöner Blumen und ich soll mit Skar sprechen. Das werde ich heute aber nicht mehr machen, weil ich ja eigentlich rausgehen wollte. Für euch seht ihr das Ganze dann aber gleich und ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Okay, ja, ich habe ein kleines Problem und zwar hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass wir etwas heute unbedingt machen. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr so hundertprozentig weiß, was es jetzt eigentlich gewesen ist, habe ich das Problem, dass und ich glaube, dass ich einen kleinen Einspieler vorhin gemacht habe. Ich hoffe zumindest, dass ich daran gedacht habe, dass ich eigentlich die Pflanze gießen wollte und plötzlich ist eine Filmsequenz entstanden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, um das Ganze hier abzuschließen, dass wir eben zu Skar gehen. Übrigens, wer sich wundert, diese Flügel habe ich irgendwo beim Leveln gefunden, also wo ich gelevelt habe. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, müsste quasi die komplette Kleidung... Jetzt hör mir gut zu. ...müsste die komplette Kleidung eigentlich... Nicht weglaufen, Skar, nicht weglaufen. Müsste die komplette Kleidung... Da bist du ja. ...eigentlich vom Gleichen sein. Kannst du mal einfach die Klappe halten, wenn ich was sage. So. Ah, wie ich sehe, hast du wieder Leben in mein Königreich gebracht. Und keinen Moment zu früh. Ich bin völlig ausgehungert. Ehrlich gesagt hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest. Auch nicht mit meiner Hilfe. Ich habe auch nicht daran geglaubt. Ich habe schon größere Probleme bewältigt. Unterschätze mich nicht, Skarja, das wäre... Ja. Ja, es ist eindeutig, dass du einige Fähigkeiten hast. Im Gegensatz zu einem gewissen weismähnigen Schwätzer. Oder einem eher störenden Neffen von mir. Wo auch immer er sein mag. Ich schätze, in diesem Tal ist genug Platz für uns beide, Gameplayerin. Solange du eins nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich. Und sie gehört niemanden sonst. Vergiss das niemals. Oh, was ist das ein Bild von ihm? Nehme ich mal an, ne? So ein Wandbild oder sowas. Das sieht ja auch mal geil aus. Keine Ahnung, was das ist. Aber das sieht irgendwie geil aus. Ja, cool. Dich nehme ich natürlich auch zur Gartenarbeit mit. Das ist doch klar. Ich nehme jetzt alle zur Gartenarbeit mit. So. Ska, hau doch nicht ab. Ich muss noch mal mit dir reden. Sei gegrüßt. Ach du meine Güte. Wenn das nicht unsere erlauchte Herrscherin ist, die sich unter das gewöhnliche Volk mischt. Was führt dich in meine bescheidene Bleibe? Hallo, du stehst in meinem Vorgarten, Ska? Ich bin hier, um zu helfen. Brauchst du was? Wie großmütig von dir, Gameplayerin. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Für jemanden, der die Herrscherin dieses Tals sein soll, siehst du ziemlich schäbig aus. Hallo, was habt ihr alle gegen meine Optik? Sind die Tribute nicht mehr das, was sie einmal waren? Ne, ich könnte mich ein wenig schicke machen. Ach so, dir gefällt meine Kleidung nicht. Mit mir ist alles ein Problem. Dir fehlt es an Würde. Dein Fell ist stumpf und zerlummend. Kaum eines Warzenschweins würdig. Wenn du über diese Gebiete herrschen und mit mir, dem König der Sonnen in Ebe, zusammenarbeiten willst, wirst du dich darum kümmern müssen. Ich muss also mein Outfit ändern, um ein wenig herrschaftlicher auszusehen? Ähm, wie soll ich das machen? Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die du auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen von einem Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ich werde Mutter Gutel fragen. Ähm. Ich glaube nicht, dass Merlin nähen kann. Genau. Sie ist in dieser Hinsicht sehr begabt. Das Weibchen von der Lichtung. Mach, was du willst, Gameplayerin. Aber pass auf, dass sie dir nicht in den Rücken fällt. Du darfst jetzt gehen. Okay, sprich mit Mutter Gutel, wenn ich die Altenen finde. Ähm. Sie ist nicht zu Hause. Na, da ist sie doch. Bevor sie mir wieder wegläuft. Übrigens, wenn es den einen oder anderen Cut gibt, es tut mir wirklich leid. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Aber ich muss immer noch sehr viel husten. Gameplayerin. Was führt dich heute zur Mutter? Ähm. Freunde sind keine Nahrung. Genau. Mein Königreich für eine Schriftrolle? Nee, das ist ihre Quest, glaube ich, oder? Bedrückt dich etwas? Hast du diesen albernen Verkaufsstand auf der Wiese gesehen? Er wird betrieben von, wie hieß er nochmal? Doofy. Die Auswahl ist ziemlich karg. Ich mag Goofys Verkaufsstand. Äh. Achso, habe ich jetzt Doofy gesagt? Ähm. Es ist sicher okay, wenn man etwas Gewöhnliches braucht, wie Äpfel. Das ist völlig nutzlos. Wenn man einzigartigere Zutaten braucht. Hm. Wirst du böse Tränke bauen? Böse Tränke? Niemals. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Verwechsel mich nie wieder mit Ursula. Tada. Tada. So, also ich vermute mal, das ist jetzt das Blaue. Mhm. Chem-Playerin, und was verschafft mir heute das Vergnügen deiner Gesellschaft? Also, dieser Löwe, der auf der sonnigen Ebene lebt. Lass mich raten. Du willst ihn loswerden, bevor er jemanden jagt und frisst. Ich habe genau das Richtige. Äh. Äh, nein. Ich versuche es gar davon zu überzeugen, mit mir zu reden. Aber er wird es nicht tun, solange mein Mantel für eine Herrscherin nicht angemessen ist. Ich hätte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Äh. Möglicherweise. Aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen in einen Mantel zu verwandeln. Reden kann ich auch nicht mehr. Mit Schleim im Hals. Ganz böse. Mutter Gotel, das ist abscheulich. Ja, abscheulich auch. Und Ska könnte nützlich für mich sein, das auch. Tut mir leid, ich trage nur Stoffe auf pflanzlicher Basis. Hm. Ska könnte nützlich für mich sein, ja. Hm. Ska, um sich herumzuhaben, um ihn für deine eigene Zwecke zu manipulieren? Ich kann nicht sagen, dass ich das missbelege. Wenn du willst, dass ich dir einen Mantel machen soll, musst du mir die Materialien bringen. Ich brauche Fasern, Stoffstücke, ein paar Zitrine und Eisenbarren. Zitrine, für einen Mantel? Warum willst du, dass ich nach Edelsteinen suche? Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Oh, ich mache nur Spaß. Du solltest wirklich öfter lächeln, Gameplayerin. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm erst zurück, wenn du alles hast, worum ich dich gebeten habe. Gut, jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Hä? Auf dich höre ich bestimmt nicht. Ähm, ja. Ich glaube, es geht dann wohl doch eher nicht weiter mit der Katze. Also, Fasern, okay, da weiß ich zumindest, wie ich die hinkriege. Stoff, keine Ahnung. Achso, dafür brauche ich Baumwolle. Und dann noch so viele gleich, ja. Was war das andere? Eisenbarren ist klar. Vier mal Stoff. Das heißt, drei oder vier brauche ich pro Stück, ne? Wo habe ich denn Baumwolle jetzt hier? Mhm. Aus der sonnigen Ebene. Hm. Schauen wir mal. Ich meine. Ja, genau. Das war es nämlich nicht. Das waren nämlich die. Ja, das machen wir auch nochmal kurz hier. Äh, das waren die anderen. Das heißt, die Baumwolle lag höchstens hier mal so ein bisschen mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Aber, wie sie sehen, sehen sie nix. Keine Baumwolle. Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wo kriege ich jetzt so viel Baumwolle her? Kann ich... Achso, Moment. Kann ich die Fertige auch bei Goofy kaufen? Die Fertige noch nicht. Aber theoretischerweise... Wenn ich noch mehr Geld hätte... Dann könnte ich das Ganze ausbauen. Auf Wiedersehen. Das jetzt erst mal anzubauen, glaube ich, wäre jetzt ein bisschen blöd. Hm. Ja, hier liegt jetzt auch nicht zufällig irgendwas rum. Schade. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich jetzt nochmal ganz kurz auf mein Feld gehe und nochmal ein bisschen was abernte, damit ich ein bisschen Geld noch verdienen kann. Und dann... Achso, ich könnte mal eben gucken. Oh, das sieht gut aus. Ich habe nämlich hier schon mal angefangen, Kürbisse zu pflanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Gut, ich muss die... Das war jetzt eigentlich blöd. Ich muss die ja eh abernten. So. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe mir ja sagen lassen, die Kürbisse sind das A und O. Damit kann man gut Geld verdienen. Ich mache das jetzt mal eben ohne Helfer. Das ist jetzt, äh, ne? So. Durchsuchen. Was habe ich gesagt? Elf Stück, ne? Verkaufen. Alle. Ja. Dann sind das nämlich schon 14.000, wenn ich die alleine verkaufe. Allerdings ist es auch sehr teuer, die wieder zu kaufen. Also die Samen. Ähm, elf Stück. Das ist nochmal 3.000. Aber ich meine, gut, wir haben jetzt 11.000 Gewinn gemacht. Nur mit einem so einer Strine. Also ein so ein... Ja, kann ich hier nochmal... Ja. Donnerwetter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ja, ja. Nur mit einem so einen Streifen. Also das finde ich schon richtig, richtig geil. Jetzt setzen wir auch wieder eine neue rein. Im Moment haben wir auch noch sehr großes Glück mit dem Wetter. Und so ist nämlich der Plan jetzt gewesen, weil ich nicht so viel Geld hatte, dass ich das dann ein bisschen vergrößere. Und immer wenn ich dann verkauft habe, immer noch ein bisschen mehr vergrößere. Das hier irritiert mich immer noch. Ich befürchte, dass das irgendwie mit der Hütte zu tun hat. Aber mit der Hütte komme ich immer noch nicht weiter. Beziehungsweise immer noch nicht rein. Oder vielleicht geht das auch weg, weil man da hinten die Dinger... Oh, Moment. Ernten. Was kann ich da ernten? Ach, da war was vor. Na gut. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Moment. Wir hatten... Sonnige Ebene. Genau, darum ging es. So, wir brauchen die Baumwolle. In der Hoffnung, dass wir die hier kaufen können. Dass wir überhaupt noch Geld dann dafür haben, nachdem wir das jetzt verbessert haben. Shit. Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? Ist das dein fucking Ernst, Dagobert? Keine Baumwolle? Ich kann ja jetzt... Das ist nicht dein Ernst. Das ist absolut nicht dein Ernst. Kann man diese Dinge hier eigentlich wegstellen? Ich bin mir nicht sicher. Die kann man nicht wegstellen, ne? Wo wäre denn ein guter Platz hier unten? Dazwischen vielleicht? Da müssten wir das Ganze ein bisschen runterziehen. Weil ich baue ja so gerne um, mittlerweile. Und ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, ich bin mir gerade nicht sicher, dass man... Na gut, das könnte ich theoretisch auch auf die andere Seite machen, ne? Dass ich das dahin stelle, beziehungsweise stehen lasse. Und hier ist noch so ein bisschen Platz. Da könnte man das dahin stellen. Die ein bisschen rüber. Ja, und die können wir ja nicht machen. Ähm... Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Achso, dass man die Sachen immer da anpflanzen soll, wo man die auch kaufen kann. Das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge vorher erwähnt. So, dann kaufen wir mal zehnmal Baumwolle. Ich hoffe, die ist nicht zu teuer. Oh ja, okay. Im Vergleich zu den Kürbissen, ne? Ich bin da jetzt Schlimmeres gewohnt. Okay, darf ich ja mal raus. Irgendwie wartet der immer, bis ich dann auf U gedrückt habe. Also nicht auf U, auf Escape gedrückt habe. Das ist total seltsam. So, dann pflanzen wir die. Müssen dann aber natürlich dementsprechend warten. Müssen alle hier so, wie sagt man doch gleich, so nett sein. Ja. So, ich kenne eigentlich sehr viele nette Leute. Klar, ist nicht immer jeder nett. Dann hat man auch mal einen schlechten Tag. Dann muss man sich halt am Riemen reißen. Und die anderen nicht auf den Sack gehen, wenn man einen schlechten Tag hat. So. Ähm... Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange das dauert. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Übersicht. Oder beziehungsweise man kann das Ganze, glaube ich, auch googeln. Ähm, nach den einzelnen Sachen, die man anbauen kann. Aber ich weiß es jetzt. Äh, Schweinchen. Was war das denn? Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Ach so, ich weiß auch gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt davon brauche. Was habe ich gesagt? Vier Stück pro. Drei oder vier Stück pro Ding. Äh, daraus mache ich Stoff. Das heißt, ich müsste das mal vier rechnen. Gehen wir von vier Mal aus. Müsste ich ja theoretisch auf jeden Fall noch ein zweites machen. Das ist eine zweite Reihe. Ach, ist das heute nervig. Also nicht das Spiel, sondern mein Hals. Es geht und geht einfach nicht weg. Ich würde auch lieber Aufnahmen machen, ohne dass es sich so anhört. Aber ich möchte dann auch nicht mehrere Wochen pausieren. Weil das finde ich dann auch irgendwie doof. Deswegen müsst ihr jetzt leider damit leben. Ach so, ne Quatsch. Ich habe ja noch gar keine Sachen. Sollte man sich vielleicht vorher welche holen? So, nochmal zehn Stück bitte. Zack. Ja, ja. Wow, wow. Mhm. Hallo, Kumpel. Tschüss. Nee, gerade keine Zeit. Ich muss hier wichtige Sachen machen, damit wir dann, ja in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht, also so schnell wird das nicht gehen hier mit den Pflanzen. Dann müssen wir leider Ska mal wieder pausieren. Es kotzt mich ein wenig an. Ich finde das immer so schön, wenn man das dann durchmachen kann. Weil man dann sagen kann, okay, man hat jetzt alle Quests von der Person gemacht. Aber man wird ja schon alleine vom Spiel dazu gezwungen, dass man so kreuz und quer und alle Ebenen müssen erstmal freigeschaltet werden. Ich kann es verstehen. Wie ist der Christoph jetzt da? Ach nee, Moment, ich kann ja auch von der Ebene oben da runter kommen. Okay, dann kann Christoph ja theoretisch auch da runter kommen. Ähm, ja, ich kann es irgendwie verstehen, weil die wollen einen natürlich auch ans Spielen, also dran halten, ne? Dass die Leute mehr spielen, also natürlich ihr Spiel mehr spielen. Das heißt, das soll alles länger dauern. Andererseits finde ich es auch sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich jetzt auch mal als Riesenlob aussprechen. Dass das nicht so ist, wie in anderen Spielen. Äh, warum habe ich jetzt die Angeln? Moment. Wie in anderen Spielen teilweise. Wo es richtig, richtig nervig ist. Wenn, ja, man irre lange braucht, um irgendwas zu farmen. Mir fällt jetzt gerade so auf die Schnelle kein Beispiel an. Aber es gibt genügend Spiele, weiß ich nicht. Da sitzt man dann wirklich stundenlang, tagelang dran rum. Und muss irgendwas farmen. Und das ist hier nicht. Also hier hat man zumindest eine gute Zeit, sag ich jetzt mal, äh, bis die Sachen dann wiederkommen. Bis man die ganzen Sachen wieder einsammeln kann. Wie jetzt beispielsweise das Holz oder, ähm, wenn man die Karotten angebaut hat. Ich meine, klar, die Kürbisse dauern länger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Wobei ich dazu sagen muss, ich zum Beispiel wüsste jetzt nicht, dass ich mal irgendwann mehr als zweimal pro Tag abgeerntet hatte. Vielleicht habe ich es mal dreimal gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Aber sonst mehr als dreimal auf gar keinen Fall. Und wenn die Kürbisse, selbst wenn die Kürbisse jetzt irgendwie zwölf Stunden brauchen würden oder so, ist es ja trotzdem so, dass man dann ein-, zweimal am Tag reingehen könnte. So morgens und abends, sag ich jetzt mal. Naja, gut, okay, zwölf Stunden. Da ist es mit zweimal am Tag schon schwierig. Aber man kann zumindest einmal am Tag dann reingehen und man hat dann auch wirklich eine große Summe im Endeffekt, was man dann bekommt. Oder anders gesagt, einen großen Gewinn. Die Summe, das bleibt natürlich jedem überlassen, wie viel man investiert, beziehungsweise wie groß man natürlich das Feld macht. Und welche Blumen habe ich jetzt? Das waren die letzten Blumen, ne? Das heißt, da müsste ich theoretischerweise, nee, hier nicht. Ich habe die Blumen mittlerweile so sortiert. Das ist so viel mittlerweile. Ich meine, ihr seht schon, da hinten ist sonstiges. So Lehm, paar Stöckchen, Stoff und so weiter. Also, nee, nicht Stoff, ähm, Geschenkpapier. Hier sind immerhin noch die ganzen Blumen. Also bis auf das letzte, da ist wirklich nur Erde drin. Und hier, die zwei Reihen mittlerweile, das ist die ganze Nahrung, die ich schon eingesammelt habe. Wobei ich hier, glaube ich, nur eins von benutzt habe. Genau, ein Lager nur bisher benutzt habe. Das könnten wir auch direkt mal hier reintun. Ähm, das schneide ich jetzt auch einfach rein. Ist jetzt nicht so wichtig. Und die können wir auf jeden Fall wieder hier rein machen. Die Kokosnüsse müsste ich auch nochmal nebenbei abernten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das gezeigt hatte in der letzten Folge. Ich glaube ja. Ist aber für mich jetzt auch schon wieder was her. Dementsprechend gehe ich hier nochmal ganz kurz rum. Und zwar ist ja hier mein Feld. Und ich habe jetzt hier hinten, also das, was ich bisher natürlich holen konnte. Hier hinten habe ich jetzt überall die Bäumchen stehen, die ich so gefunden habe. Kokosnüsse, die wären gut, wenn man die nochmal öfter machen könnte. Die anderen, naja gut, die müsste ich theoretisch, glaube ich, für die Sammlung auch nochmal machen. Ne, die Sammlung. Quatsch, Dreamlight. Ähm. Geht unter Sammeln, ne? Ernte Blaubeeren, 400. Das wäre dann wahrscheinlich bis 500. Gut, alleine dafür müsste man das jetzt nochmal machen. Ich mache das auch gleich offline nochmal. Hier ist eigentlich Wollis Bereich. Ich weiß nicht, warum der faule Hund hier noch nichts gemacht hat. Ich habe das letzte Mal heute Mittag, glaube ich, geerntet. Und wir haben jetzt schon wieder abends. Also Wolli, ne? Das finde ich nicht gut, was du hier machst. Du sollst dich mal um deine Pflanzen kümmern. Hier sind dann nochmal andere Büsche. Was ein bisschen schade ist. Ich bräuchte ja noch einen Bananenbaum, dann würde das zumindest besser aussehen. Ja, und hier habe ich nicht mehr so viel Platz gehabt. Die habe ich dann hier erstmal so hingestellt. Den Teich kann man ja leider nicht wegstellen. Hier habe ich dann nochmal die anderen Bären stehen. Und die, achso, das ist von den Felsen. Und die Apfelbäume. Und ja, ich muss sagen, es ist gar nicht schlecht. Weil man läuft einmal so eine Runde, ist zwei Minuten vielleicht unterwegs. Höchstens drei. Also natürlich ohne die Ernte. Das dauert viel, viel länger. Und hat die ganzen Sachen schön eingesammelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert wirklich wunderbar. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir können die Quest im Moment leider nicht weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall auf die Baumwolle warten. Zudem muss ich dann auch noch, wie heißen sie jetzt, für die Fasern Seetang sammeln. Das wird einiges werden, denke ich mal, weil wir brauchen zehn Fasern. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie viel man braucht. Also einen Seetang, vielleicht haben wir Glück und da kann man drei Fasern draus machen oder so. Keine Ahnung. Nee, aber das glaube ich eher nicht. Ich weiß es nicht mehr, wie da die Größenunterschiede sind. Auf jeden Fall, darauf müssen wir wahrscheinlich nicht so lange warten. Das können wir ja so angeln. Eisenbachen ist schnell hergestellt. Zitrin habe ich nicht, hat er gesagt. Da müsste ich jetzt noch mal kurz, bevor ich mich endgültig von euch verabschiede. Ja, ich weiß, so viele brauchen gerade meine Hilfe. Es tut mir auch wirklich leid. Ich kann aber, nein, ach so, doch. Ich kann leider nicht alles auf einmal machen. Zitrin. Glänzender Zitrin. Ah, hier, Moment, normaler Zitrin. Brauche ich zwei Stück von, oh, jetzt habe ich, ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zack. Da brauche ich zwei Stück von. Warum der das jetzt nicht gezählt hat? Na gut, wahrscheinlich, weil ich es nicht im Inventar habe. Hm, Stofffaser. Ich muss mal kurz gucken. Oh, oh, ich habe noch 14 Fasern. Und ich brauche nur 10. Oh, ist das geil. Dann brauchen wir die auch schon nicht zu machen. So. Die tun wir wieder zurück. Ist das geil. Das heißt, wir müssen in Anführungszeichen nur noch den Stoff machen. Moment, hatte ich nicht hier auch Baumwolle drin? Ne, das hatte ich aber nicht hier drin. Das hatte ich... Oh, wo habe ich die jetzt reingetan? Hier hatte ich zwei Baumwolle drin. Falls das nicht reichen sollte, muss ich mal gucken. Ähm, den Eisenbarren werde ich dann auch noch herstellen. Ja, was tatsächlich ist, wir warten jetzt nur darauf, dass die Baumwolle groß wird. Äh, die muss jetzt auch wieder gegossen werden, so wie es aussieht. Oder? Ach, zwischendurch? Zwischendurch werden die plötzlich... Was ist das denn? Wieso denn nur zwischendurch an den Stellen? Wieso denn nicht generell? Ich gieße jetzt einfach nochmal alle. So. War jetzt irgendwie ein bisschen komisch gerade. Hm. Kürbis ist anscheinend noch alles mit in Ordnung. Ja gut. Ähm, ja, wie gesagt. Wir müssen dann noch darauf warten, dass die Baumwolle fertig wird. Das möchte ich euch und mir jetzt nicht antun. Weil ich denke mal, dass das wahrscheinlich ein paar Stunden oder sowas dauern wird. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Dann ist diese Folge erstmal beendet. Die Sache mit Ska. Und wir werden dann in der nächsten Folge... Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich stelle offline schon mal einen Eisenbahnen her. Kennt ihr jetzt mittlerweile, wie das Ganze funktioniert? Moment, wundervoll bringen. Äh? Merlin hat sich in der Bibliothek verkrochen und die Vitaliskristalle studiert, die du in den Minen unter der sonnigen Ebene gefunden hast. Jetzt noch nach tagelanger Forschung ist er bereit, dir zu erzählen, was er entdeckt hat. Hä? Ich denke, wir sind mit ihm durch. Ich habe doch den Hut bekommen. Okay. Ich würde sagen, ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr neugierig. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar die Sache mit Goofy. Achso, das ist Remi da unten. Ach stimmt, Remi hätten wir... Nee, aber Remi... Nee, Remi geht noch nicht, genau. Eigentlich wollte ich die Sache mit Goofy machen. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was da mit Merlin, was das auf sich hat. Da müssen wir auf jeden Fall mal vorbeigehen. Das werden wir bei der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.